Sabadika, willkommen bei mir. Heute geht es um die größte Baumfrucht der Welt. Wie heisst die denn? Jackfruit. Jackfrucht, manchmal auch Gemüsefleisch genannt. Ihr werdet gleich erfahren warum. Auf Thai Kanun. Diese Frucht ist unfassbar. Die besonderen Merkmale, erstens die Größe. Die Frucht wird bis einen Meter lang und zehn Kilo schwer. Dann hat es auf der Schale besonders große Noppen und sie ist reif und unreif zu verzehren. Also man kann daraus leckere Süßspeisen machen, man kann auch richtig tolle Currygerichte draus zaubern. Die Veganer und Vegetarier werden sich freuen, denn die Konsistenz von Jackfruit ähnelt sehr dem Hähnchenbrust. Also man kann das durchaus klein schneiden und im Bock anbraten und ein wunderbares Curry mit Reis draus zaubern. Oder man isst sie einfach so roh. Der Geschmack ähnelt einem Mix zwischen Banane, Ananas, Mango, Vanille und Honig. Also für unseren Gaumen wieder die mega Geschmacksexplosion. Und sie ist auch noch unfassbar gesund. Was da alles drin ist und wie gesund sie ist, schreibe ich euch alles noch auf. Wenn es euch gefällt, was ich erzähle, macht doch das Herz rot. Dankeschön, bis bald. Tschüss. Fabadika.